Hallöchen, ihr Lieben, hier ist die Susanne, live von der Frankfurter Buchmesse. Ich bin gerade beim Manti-Korstand. Dieses Buch habe ich euch diese Woche schon vorgestellt. Jetzt habe ich ihn live hier, den Autor selbst. Hallo, lieber Jonathan. Hallo. Wie bist du auf diese Geschichte gekommen? Wie hast du die Idee für diese Geschichte bekommen? Ich habe schon lange geschrieben, über 25 Jahre. Und ein paar Jahre war es das 125. Jahrhundert von der Publikation von Alice's Adventures in Wonderland. Und ich dachte, was, wenn du dieses Buch in ein Adventure-Game-Buch verbringst? Und es wurde wirklich von da. Ja, also er schreibt seit 25 Jahren Spielbücher. Und vor einigen Jahren war der... ...100 oder 125? 125. Ja, 125. Geburtstag von Lewis Carroll. Und das hat zum Anlass genommen, die Geschichte von Alice in ein Spielbuch zu verwandeln. Und wollte sehen, wie das funktioniert und es hat gut geklappt. Das ist genial! Was schreibst du als nächstes? Oder auf was dürfen wir uns freuen von dir? Was ist dein nächstes Game-Buch, Wort Checkt? Ah, ähm, das, was ich nach dem Buch geschrieben habe, ist The Wicked Wizard of Oz. Und in diesem Buch wird Dorothy zurückgekehrt und mit ihren Freunden und muss herausfinden, was passiert ist, was mit dem Wizard passiert. Das Buch, was er direkt danach geschrieben hat, ist Der Zauber von Oss, wo Dorothy nach Oss zurückkehrt und herausfinden muss, was mit ihren ganzen Freunden dort passiert ist. Sehr interessant. Wann kommt das Buch raus? Wann wird es raus? Es ist in Englisch. Ich hoffe, dass es in Deutsch wird. Es ist in Englisch bereits veröffentlicht und wird dann irgendwann die Chore Verlag hoffentlich auch bald erscheinen. Okay, dann freue ich mich, dann bedanke ich mich. Du hast heute Geburtstag übrigens, herzlichen Glückwunsch. Danke. Happy Birthday. Happy Birthday. Oh, yes, it is. It's your birthday. Dankeschön. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Messetag. Happy Great Times. Oh, thank you. For the FBM. Thank you, thank you very much. Bis dahin, kommt vorbei, Signierstunde, ganz wichtig, er ist hier. Wenn er euch über den Weg läuft, lasst es euch signieren. Ich liebe es, es ist nicht mehr viel da. Das heißt, schnell sein. Bis dahin, tschüss, eure Susanne. 時候 kommt in우crit. Bis dahin, machen Sie die Geoso mit deinem Ausführungsriche, auf jeden Fallsk例えば von der Oberkdingaren, Vielen Dank.